Okay, die IUBH ist eine private Hochschule. Wie finanziere ich mir das? Du meinst bestimmt die Studiengebühren. Genau. Die Praxispartner der IUBH übernehmen für deine geleistete Arbeit im Unternehmen die Studiengebühren. Die Studiengebühren beinhalten auch die ganzen Prüfungsgebühren, Graduierungsgebühren und so weiter. Und ob es darüber hinaus eine Aufwandsentschädigung gibt, das besprichst du ganz individuell mit deinem Praxispartner. Wichtig ist, dass du dich für eine staatlich anerkannte und akkreditierte Hochschule entscheidest. Und das garantieren wir dir hier an der IUBH. Dadurch besteht für dich unter anderem die Möglichkeit, auch BAföG zu beantragen.